Warte, bitte, wann kannst du hier aufgehen? Ja... Willst du den Plan am besten verändern, weil du zur Führung kommst? Alexander. Auf dem Stück flicken, genau, wo du nicht rauskommst? Keine Ahnung, wie das ist. Ich weiß, wie schwer er ist. Ja, also, man kann nicht mehr gehen. Und die machen egal sein. Seid ihr bereit? Cool, man kann ihn super sehen. Wer ist Alexander? Jukario. Jukario. Eine Ahnung. Alexander. 1, 2, 2, 1, 2, 1. Ah, super. Die Bahn ist doch einfach zu filmen. Jetzt wackelt es auch nicht so. Der erste Ebene ist zu verachten. Der erste Ebene ist zu verfolgen. 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 Der erste Ebene ist für Alexander. Ja. So. Tante. Benni sind immer noch da. Alle drei auf dem Sieg. Aber ohne seine Rantechnik hat sie ein ...